die bunte bevölkerungsmischung der hauptstadt läßt sich gut bei einem bummel durch die bergmannstraße genießen die einkaufsstraße im bezirk kreuzberg bietet fremdländische küche und viele andere exotische genüsse im sommer erinnert das regetreiben vor der altbaukulisse an die geschäftigkeit südländischer städte auf dem mareineckeplatz den die bergmannstraße passiert kann man in einer berlin typischen markthalle einkaufen mehr klischees sind kaum noch in so wenigen sätzen unterzubringen fakt aber ist verschwunden die lebensmittel und gemüseläden verschwunden die trödler verschwunden auch die allotrea lichtspiele und das rivoli filmtheater verschwunden die einstige gelassene alltäglichkeit eigentlich schade